Ich bin tot, ich bin tot. F. Wuh! Nein! 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 Geh weg! Oh oh! Ich sterbe! Ich bin tot! Petri! 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 Keine gute Idee! Nein! 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 Wie so ein Haikäfig ist das echt? Ey, du musst sagen, wenn er von vorne kommt, dann muss ich hinten rausrennen. Er ist hinten. Und er reißt den Pillar wieder ab. Mach die auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Drin! Zu spät gesagt. Ich bin stark, ich bin stark, ich bin tot, ich bin tot. F. 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 Das darf es nicht sein! Meine 150 Menschen. Oh! 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 Was? Ist gerade passiert. Ja, aber ich glaub, viel mehr ist das. Machen wir heute auch nicht mehr. Ähm. So ein Pari. Willst du bewusstlos werden? Weh, du stirbst jetzt. Ja, okay Leute, wir hören auf. Du, was hab ich jetzt eigentlich die ganze Zeit gefarmt? Wenn er jetzt schon wieder stirbt. Kein Bock mehr. Mann. Komm, setz dich zu den anderen. Der fähiger Gott tritt glaub ich hiermit ab. Würde ich sagen. Mal wieder. Oh mein, nein, es ist Nacht, oder? Fuck, wie spät ist es? Sag bitte, es ist so nach 0 Uhr. Und sag jetzt nicht, es ist so 22 Uhr oder so. Es ist 1 Uhr 2 Uhr. Okay, das geht, das geht. Ich finde, ich finde uns mal ein bisschen Holz. Dann können wir uns ne Fackel anmachen, weil Gamma ist ja auf dem Server nicht erlaubt. So, komm her. Level 20. Oh, fuck. Okay, ne, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Ich bin eh schon Half-Life. Wir sollten rennen, Leute. Die machen wir noch, die machen wir noch Versuche 8 hier. Ich hab mir schon so auf Versuche 7 gefunden. Nein, jetzt kommt Koppi. Okay, okay. Nacht ist kein Problem, Leute. Nacht ist kein Problem für mich. Alfa-Raptor. Wo ist hier ein Alfa-Raptor? Hier ist ein Alfa-Raptor! Oh mein Gott, wieso hab ich das nicht gesehen? Wie kann ich das nicht gesehen? Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Das ist noch ein Dilo. Ich brauch erstmal ne Fackel, ich seh nichts. Ich seh gar nicht, wo ich hinlaufe. Gib mir Feuerstein. Gib mir diese Fackel. Gib mir HP. Gib mir ne Axt, Speer. Gib mir ne Axt. Oh mein Gott, ich hab mich so auf die Dilos fokussiert. Oh mein Gott, das wär fast bei Tod gewesen. Wir rennen, wir rennen. Der Stress. Oh mein! Nein! Nein! Warum will ich alles umbringen? Okay, der ist hinter mir her, Leute. Der ist hinter mir her. Ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser. Ihr sehn jetzt halt jetzt nicht mehr, aber ist egal. Wir müssen, wir müssen nicht loswerden. Oh mein Gott, der ist hinter mir her, oder? Der ist hinter mir her, oder? Der ist nicht hinter mir her. Wir brauchen jetzt dieses stamina. Das geht jetzt nicht rum. Okay, wir rennen außen rum. Auch wenn das gefährlich ist. Weil wenn die mich da hinten fokussen, habe ich kaum mehr Chancen. Komm, 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 komm. Welche Gefahr rennt ich jetzt rein? Äh, lass mich. Ich möchte leben. Hier ist unsere alte Base. Hier ist unsere alte Base. So, das war ein Headshot. Wir verbrennen den jetzt einfach. Oh, oh. Nein, 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 geh weg. Blutet, der wächst, blutet. Ah, der kann nicht stirbt. Der war wahrscheinlich nicht hoch zu sein. Der war 3, 3. Ah, okay, D-Lo kriege ich gerade noch da. Oh, oh, das auch nicht. Weh, nichts, danke. Weh. Was war meine Taste dafür hier? Ah, kaputt. Okay, wir sollten nicht schnell killen. Ja, genau deswegen. Ah, G? Ah, G? Ah, G? Das ist keine gute Situation. Oh, oh. Ich sterbe. Ich bin tot. Fuck. Ah. Oh, nein. Beste. Ah, besser ist. Ich hab 10, 10. Aua, was ist das? Piranhas? Pass bitte auf, nicht jetzt. Piranhas sterben, das wär scheiß. Hm, Piranhas sterben wär noch schön. Ich ertrinke. Nein, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Der Piranhas pflichtigt. Oh, mein Gott, oh mein Gott. Petri, 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 Petri… Ya, und das war Versuch 9, Leute. und was habe ich gesagt mach keinen scheiß ich weiß nicht was du meinst ich mag dich nicht hauptsache du gehst tauchen ich weiß auch nicht warum ich tauchen gegangen ich hasse dich hasse dich ich hasse dich deswegen hat das so gemacht nein was geht denn jetzt ab oh god oh god oh god no feiße ich habe agro okay sie battlen wir müssen kämpfen ah ist der content war kein hit wieso war das kein hit ah nachladen bug genau was ich jetzt brauchen kann danke schwer level 90 rex okay rein hier rein hier geh zu oh shit oh god oh no scheiße oh god oh no oh nein ihr habt meine chance ach der macht gerade meinen hausarger weg wenn er aufs haus gearbeitet bleibt ist ja gut aber ich glaube ich habe nicht genug Pfeile um es okay vor allem wenn er gerade noch mal seinen trike geheilt hat versuche ihn weg zu kiten das ist gerade mein Ziel und ich glaube es funktioniert wir sehen nur acht sachen kaputt gehen da drin oh god lang tanke ich den nicht ganz ruhig ganz 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 ruhig ich habe keinen escape plan das ist das problem gerade ich habe ihn jetzt weggekitet aber ja ich habe keinen escape ganz großer bogen ganz großer bogen aua 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 ich glaube das können wir erst mal vergessen mit dem theme der rex ist da oh die greifen sich gegenseitig perfekt ja 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 das spiel mag mich aus irgendeinem grund wir machen den rex weg ich habe angst vor dem ähm ich habe einen grund angst zu haben er kommt hier hoch wie bin ich noch nicht tot kam das ende akkord aber den rest kriege ich hin ja das ist jetzt natürlich absolut scheiße was gerade passiert ist also nicht der tod an sich sondern dass genau zum tod der stream crash ich glaube wir gehen warte lasst mich überlegen ist tropical island north eine gute idee ich hätte sehr schnell sterben ne ich glaube das macht spaßig let's go versuch elf das ist er der spawn tropical island north wir sehen schon ein paar brontos haben abgehackte musik wie es sich gehört haben super lags wegen chunk rendering arg ist das nicht ein schönes spiel ja ähm bestätigter maßen keine gute idee gut das das war versuch elf vielen dank fürs zuschauen das war keine gute aktion oh ja das war gar keine gute aktion leute ich 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 sterbe ich sehe mich hier nicht lebend rauskommen 200 hp wenn ich ein araneos stunt dann bin ich tot ich helfe mir gerade nicht damit dass der trike das schafft überhaupt noch irgendwas schafft kann die araneos vielleicht noch versuchen mit dem trike auszunehmen das ist halt der große nachteil an pflanzfässern sie können sich kaum heilen mit fleischfässer kannst du mit fleisch einfach vorausfieden dann heilen die mich schnell da muss ich gerade schauen dass ich hier zu fuß durchkomme was seine schwierigkeiten hat jeden fall ja emma wünsch dir ein schönes leben man sieht sich irgendwann mal wieder drei zwei eins aggro ist gezogen komm 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 sie hören auf nein sie sind wieder geagroht okay wir rennen wir rennen weiter au au nein nicht meine rüstung nein 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 araneos araneos fuck araneos ja das ist der ausgang darf mich nicht von araneo hitten lassen oh mein gott ich bin nur in der nächsten etappe ich hab noch sieben dinger kein wasser und let's go ich hab aggro's oh mein gott okay ich glaub die etappe ist überlebt ich hoffe es war die letzte oh ja ich bin draußen ich höre ein karno was nicht gut ist aber ich bin zumindest nicht mehr in der cave oh nein das sind allos das ist nein hehehehe kommen die hier rein oder können die doch nicht rein oder die können hier rein kriegt ne riese jetzt renne ich wieder in die cave rein da unten ist zu eng da ist zu eng da kommt er nicht durch er kommt durch er kommt durch er kommt durch nein 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 art battle kurs finale beginnt jetzt seid ihr alle ready bevor ich drücke jetzt kommt jetzt lange nicht so viel startet ihr seid ready ok es geht los ok ich bin drin 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 wir kill den Ja, dann, Justin losst du weiter links? Oh, da ist die Musik! Ey, Raph, pfeifst du drauf? Nicht pfeif dann, ja. Ja, ich pfeif auch drauf, scheiß drauf. Ah, cool, ich weg Racky Kick, perfekt. Ich liebe dieses Spiel. Scheiß Disconnects. Okay, rip, Justin. Okay, mega Pettico, es geht schnell. Nice. Ja, aber ich muss halt buffen, ey. Ich hab die kleinen Affen am Arsch. Ich hab alle Affen am Arsch. Ja, der Plan ging nicht ganz so auf, wie er sollte. Okay, der war easy. Ist das ein Death Hole? Ich glaube, das ist ein Death Hole. Ich sollte aufpassen. Oh, die sind ja schon down. Ey, ich bin ja noch gar nicht da. Michael, Michael. War es Michael? Ich weiß es nicht. Nein. Weiß ich nicht. Nice. Zu easy. Also ich hab sie, wir waren zu prepared dafür. Wir waren overprepared, aber scheiß drauf. Hardcore. Wir haben sie, Megapetikus. Roboter, wir haben sie. Hast du sie gekillt? Oh, nice. Du hast sie gekillt. Du hast sie gekillt. Wir haben sie. Weiß ich nicht.